Die Schwanenprinzessin ist zurück. Und die fabelhafte Königsfamilie. Picknick? Ich habe, glaube ich, dem Holzfäller versprochen, dass wir ihm heute helfen. Prinzessin Odette und Prinz Derek. Gemeinsam mit ihren Freunden. Mir ist so kalt. Du siehst völlig gesund aus, Jumper. Ja, nur etwas grün. Nehmen ein neues Mitglied in die königliche Familie auf. Es ist wieder ein Kind in diesem Schlösschen. Alice, das musst du auch mal versuchen. Ich werde immer für dich da sein. Es wird der Tag kommen, deine böse Schwanenprinzessin das Zeitalter der Verzweiflung herbeiführt. Was machen wir denn jetzt? Und los! Mich kommen! Große fliegende Eichhörnchen! Große! Nein! Nein! Odette! Warum blinkst du nicht, Verdoppi? Ich gab ihr mein Versprechen. Und das werde ich auch halten. Bitte, glaubt mir. Ich hatte nie etwas Böses im Sinn. Man hat uns belogen. Ich führe euch zu Alice. Erleben Sie ein Familienabenteuer für jedes Alter. In diesem neuen, bezaubernden Märchen. Snell, Scully! Die Beeilung! Die Schwanenprinzessin und die fabelhafte Königsfamilie. Bitte, glaubt mir denn das ist? Ja! ングろäfte Musik Untertitelung des ZDF, 2020